Willkommen bei Frontal Plus. Mein Name ist Thomas Kallmund. Stellen Sie sich vor, Sie haben gewählt, sitzen am Wahlabend vor dem Fernseher und schauen sich die Hochrechnungen an. Die Ergebnisse werden aber nicht wie sonst in Prozent, sondern in absoluten Zahlen angezeigt. Was würden Sie erwarten? Dass Sie für jeden Kandidaten kontinuierlich steigen, für den einen mehr und für den anderen weniger, weil die Stimmen kontinuierlich addiert werden. Das Zahlen dabei abnehmen wäre nicht möglich. Doch genau das ist bei den US-Präsidentschaftswahlen am 3. November geschehen. Datenanalysten der Data Integrity Group haben anhand einer Überprüfung der öffentlich zugänglichen Rohdaten vom Wahltag festgestellt, dass Präsident Trump im US-Bundesstaat Pennsylvania offenbar um über 423.000 seiner Stimmen gebracht wurde. Der New Yorker Ausgabe der Epoch Times wurde diese Auswertung exklusiv zur Verfügung gestellt. Wir zeigen Ihnen, was passiert ist und wie die Gruppe dies herausgefunden hat. Die Data Integrity Group ist eine Gruppe von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Experten für künstliche Intelligenz, die zusammenarbeiten, um die Daten der US-Präsidentschaftswahl 2020 auszuwerten und zu überprüfen. Zu den Datenwissenschaftlern der Gruppe gehören unter anderem Justin Mele und Dave Lobbio. Justin Mele ist ein Veteran der US-Navy mit neun Jahren Dienstzeit, wo er als Techniker für elektronische Kriegsführung und Kryptologie sowie als arabischer Linguist arbeitete. Er war für die Nationale Sicherheitsbehörde NSA in Nordafrika tätig und arbeitete später als CIA-Vertragspartner für die Nationale Behörde zur Terrorismusbekämpfung. Dave Lobbio verfügt über zwölf Jahre Erfahrung im Bereich der Datenwissenschaft und künstlichen Intelligenz, in den Branchen Finanzdienstleistungen und Telekommunikation und Forschungsberatung. Derzeit ist er auf Anwendungen der künstlichen Intelligenz spezialisiert. Die Datenwissenschaftler der Gruppe hatten zuvor schon die Wahldaten von etwa 30 Bundesstaaten analysiert und hatten in vielen davon Anomalien beobachtet, darunter auch in Arizona und Georgia. Mit weit über 400.000 abhandengekommenen Stimmen waren diese Unregelmäßigkeiten jedoch besonders markant in Pennsylvania. Schauen wir uns also etwas näher an, was die Spezialisten hier herausgefunden haben. In dieser Grafik sieht man den kumulativen Anstieg der Briefwahlstimmen von Joe Biden im Landkreis El-Egini in Pennsylvania. Auf der Zeitachse von links nach rechts gibt es dort zwei Abschnitte ohne Angabe. Dort lagen entweder keine Daten vor oder sie wurden gelöscht. Demgegenüber sieht man hier die Stimmentwicklung von Donald Trump im gleichen Zeitraum. Bis zur dritten Säule von links wurden etwa 145.000 Briefwahlstimmen gezählt. Dann kommt dort nach der Lücke, wo es keine Daten gibt, ein mysteriöser Absturz auf ein niedriges Niveau und dann der erneute langsame Anstieg. Die Frage ist, wo sind all die Stimmen geblieben, die Trump zum Zeitpunkt der dritten Säule noch hatte? Auch bei den Stimmen, die am Wahltag direkt abgegeben wurden, sind in El-Egini County Unregelmäßigkeiten zu sehen. Trumps Stimmen stiegen an, dann verlor er über 20.000 Stimmen. Nach einem kleinen Anstieg verlor er erneut gut 1.300 Stimmen und zu drei späteren Zeitpunkten jeweils nochmal ca. 800, 1.500 und einmal 1.800 Stimmen. Insgesamt verlor Trump hier also über 27.000 Stimmen. In Chester County verlor Trump von den Stimmen am Wahltag, das ist die rote Kurve, jeweils rund 26.000, 9.600 und 6.600 Stimmen. Bei den Briefwahlstimmen, zu sehen an der grünen Kurve, wurden ihm auf mysteriöse Weise 50.000 Stimmen abgezogen. Wie gesagt, die Kurven sollten von links nach rechts eigentlich nur entweder ansteigen oder flach verlaufen. In Lehigh County wurden Trump 66.000 Stimmen abgezogen, um sie ihm in drei Schritten bis zum gleichen Stand wie vorher wieder hinzuzufügen. So etwas darf normalerweise niemals passieren. Die Analysten sind auf eine weitere unmögliche Datenanomalie gestoßen. In den 278 Wahlbezirken Philadelphias, der Hauptstadt von Pennsylvania, stimmten 97% oder mehr für Biden. Das würde bedeuten, dass 100 Stimmen für Biden keine drei Stimmen für Trump gegenüberstanden. Dies ist bei der dortigen Bevölkerungsstruktur aber schlichtweg unmöglich. Bei dieser Grafik sehen Sie die Negativstimmen für Trump in 15 Landkreisen, wozu auch die oben genannten Lehigh County, Chester County und Allegheny County gehören. Der Verlust der Stimmen betraf demnach Stimmen, die per Briefwahl eingegangen sind, als auch solche, die am Wahltag direkt abgegeben wurden. Bei den Stimmen vom Wahltag verlor Trump demnach 205.000 Stimmen und bei den Briefwahlstimmen 218.000. Zusammengerechnet sind das also ein Minus von 423.000 Stimmen. Linda McLaughlin, eine Analystin aus der Gruppe, erklärte der Epoch Times, Zitat, Es gab Stimmenbewegungen bei allen Kandidaten. Allerdings konnten wir das Muster bei der Abnahme von Trump-Stimmen bei keinem anderen Kandidaten erkennen. Diese Dinge sind wiederholt und ohne Erklärung geschehen, sagte sie der Zeitung. Das Büro des Staatssekretärs von Pennsylvania antwortete bislang nicht auf eine Bitte der Epoch Times um Stellungnahme. Die Data Integrity Group hat auch weitere Staaten untersucht, wie beispielsweise Georgia. In diesem Bundesstaat wurde ein Fall von Stimmentausch festgestellt und auch aufgedeckt, wie eine solche Aktion unentdeckt bleiben konnte. In einer früheren Sendung berichteten wir bereits über die Analyse der Wahldaten von Georgia durch die Gruppe. Dort gewann Biden den Staat mit nur etwa 12.000 Stimmen Vorsprung. Die Experten hatten herausgefunden, dass in Georgia mehr als 30.000 Stimmen von Trump entfernt wurden und weitere 12.173 Stimmen auf Biden übertragen wurden. Wir vergleichen hier zwei Datenquellen und sehen ein Ereignis, das auf County-Ebene stattgefunden hat. In diesem Fall wurden in Bibb County, Georgia um 9.11 Uhr Ortszeit für Donald Trump 29.391 Stimmen gemeldet. Gleichzeitig wurde die Zahl von Joe Biden mit 17.218 angegeben. Wenige Minuten später, beim nächsten Zeitupdate, aus den Datenquellen der Bezirke erhält Donald Trump 17.218 Stimmen und Biden 29.391 Stimmen. Also ein klarer und genauer Wechsel der Stimmensummen zwischen den beiden Kandidaten. Da es eine Zeitverzögerung zwischen jeder aufgezeichneten Zusammenfassung der Wahlbezirksergebnisse gibt, konnte diese Art von Stimmentausch in der Meldung des Bundesstaates unentdeckt bleiben, zumindest solange er in dem Zeitraum zwischen zwei Aktualisierungen fällt. Aber wie kann so etwas passieren? An welcher Stelle ist ein solcher Eingriff möglich? Und was gibt es für Sicherheitsvorkehrungen? Hier erläutern wir am Beispiel von Fulton County, Georgia, den Prozess, wie die Wählerstimmen ausgezählt wurden. Nachdem man sich am Wahltag in einem Wahllokal angemeldet hat, geht man zu einem Terminal. Nachdem man seine Stimme dort abgegeben hat, wird ein Abbild des Stimmzettels in der Maschine gespeichert und nachdem alle Wahllokale geschlossen sind, werden die Speicherkarten mit den Bildern aus den Terminals entnommen und mit einem Auto zu einer von vier Abgabestellen in Fulton County transportiert. Von dort wurden sie mit einer Polizeieskorte zur Lagerhalle in der 1365 English Street in Atlanta gebracht. Dort durchläuft die SD-Speicherkarte eine Tabellierungssoftware namens Democracy Suit. Die die Stimmzettel zählt und die Summen an einen Dominion-Server exportiert, der diese Summen in eine SQL-Server-Datenbank einfügt. Von dort werden sie direkt an den Berichtsserver für die Wahl nach der Firma Seidel übertragen. Der Berichtsserver ist verantwortlich für die Übermittlung der Gesamtzahlen an den Staatssekretär zur Ausgabe auf dessen Webseite, sowie zur Ausgabe an einen Datenaggregator wie Edison Research, der diese Daten aufbereitet und an die Medien weiterleitet. Wie Sie gerade gesehen haben, gibt es einen Standardprozess für die Übertragung von Stimmen per Speicherkarte aus dem Wahlbezirk in die Wahlbezirkssammelstellen. Der gesamte Prozess ist ein Transfer von Maschine zu Maschine, der den Menschen nur als Transportmedium nutzt. Aber die Zahlen werden an keiner Stelle von Menschen in eine Tabelle eingegeben. Weil keine Menschen irgendwelche Summen in eine Kalkulationstabelle eingeben, entfällt die gesamte Argumentationsschiene, dass es sich hier um irgendeine Art von menschlichen Eingabefehlern handelt. Deshalb müssen die Negativzahlen von einer menschlichen Quelle herrühren. Konzentrieren wir uns nun speziell auf diesen quadratischen Kasten, der den Prozess der Dateneingabe für Aktualisierungen in den Landkreisen beschreibt. Die folgenden Optionen stehen jedem zur Verfügung, der Zugang zu diesen Computern hat und mit der Wahlsoftware arbeitet. Aktualisieren von Wahlstimmen, blockweises Löschen von Stimmen und vor allem das Erzeugen neuer oder temporärer Listen, die direkt in die Stimmauszählung eingespeist werden können. Jede dieser Operationen kann validiert und im System veröffentlicht werden. Nochmals, jeder, der zu diesem Zeitpunkt in der Wahlsoftware arbeitet, hat die Möglichkeit, große Stapel von Stimmen zu manipulieren und das alles, bevor die Daten überhaupt auf den Server hochgeladen wurden. Und für diesen speziellen Fall gibt es keine übergreifende Kontrolle. Mit anderen Worten, es gibt einen Prozess, der Revision genannt wird, bei dem eingelesene Stimmzettel, die vom System nicht erkannt worden sind, vom Bediener des Wahlsystems nach eigenem Ermessen einem oder mehreren Kandidaten zugewiesen werden können. Der Bediener erstellt einen neuen Stimmzettel und vernichtet den alten. Das ist auch ohne Anwesenheit des Wählers möglich und ist somit ein Einfallstor für Betrug. Das ist besonders markant vor dem Hintergrund dessen, was Richard Barron, der Wahlleiter von Fulton County, gesagt hat. Nämlich, dass von 113.000 abgegebenen Stimmen 106.000 in eine solche Revision gingen. Das bedeutet also, dass wenn betrügerische Absicht vorliegt, über 90% der Stimmen nicht den Willen der Wähler widerspiegeln. Ein anderer Aspekt ist, diese riesige Menge an Stimmzetteln einer Revision zuzuführen, ist, Zitat, rein physikalisch gar nicht möglich, was wir mathematisch beweisen können, so die Datenanalysten. Eine solche manuelle Revision oder Überprüfung umfasst Inspektion und Beurteilung eines Wahlscheins, was mindestens 30 Sekunden pro Wahlschein in Anspruch nehme. Eine Revision von 105.000 Wahlscheinen hätte demnach weit über 800 Arbeitsstunden qualifizierter Mitarbeiter benötigt. So eine Überprüfung sei ein ernsthafter Prozess, so die Analysten. Und wenn jemand wirklich sagt, dass es 105.000 Stimmzettel gab, die durch die Revision gingen, dann sagt er entweder, dass es irgendeine Art von Unmöglichkeit im Überprüfungsprozess gab oder dass er nicht weiß, was ein Audit eigentlich bedeutet. Und eine solche Person ist dann für die Wahlen in Fulton County verantwortlich. In der Tat stellt sich die Frage, warum die Gouverneure, sei es in Georgia oder in Pennsylvania, die Wahlmänner zertifiziert haben, obwohl solche Wahlunregelmäßigkeiten im Raum standen. Denn ein Makel dieser Art möchte man doch eigentlich nicht mit sich in Verbindung gebracht wissen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Indizien für einen möglichen Wahlbetrug in juristischen Auseinandersetzungen münden. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, sind sie sicherlich strafbar. Die Analysten gaben nicht an, wer oder was für diese Phänomene verantwortlich gewesen sein könnte. Jedoch fordern sie den Staat auf, forensische Untersuchungen zuzulassen, um die Integrität der Wahlen sicherzustellen. Sie sagten, es sei unverantwortlich, derartige Ergebnisse zu bestätigen, bevor die Fehler und Anomalien nicht aufgeklärt seien. Fakt sei es, dass es Fehler gab. Die Daten belegen diese Fehler und es sollte keine Rolle spielen, ob sie maschinellen oder menschlichen Ursprungs waren. So oder so seien es Fehler und Bedürften einer zweiten Überprüfung und einer gründlichen Analyse mit forensischen Audits, um die Antworten zu finden, erklärte die Gruppe. Pennsylvanias Staatssekretärin Kathy Bukwar zertifizierte das Wahlendergebnis am 14. Dezember 2020, wodurch die 20 Wahlmännerstimmen des Bundesstaates Joe Biden zugesprochen wurden. Laut den staatlich bestätigten Zahlen hatte Joe Biden die Schlüsselstaaten Georgia mit einer Mehrheit von gut 12.000 Stimmen und Pennsylvania mit einem Vorsprung von 80.555 Stimmen gewonnen. So viel für heute. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen, klicken Sie bitte auf Like und Abonnieren und teilen Sie unsere Videos in Ihrem Bekanntenkreis. Das veranlasst auch die Algorithmen von YouTube, unsere Videos noch mehr Menschen zu empfehlen. Herzlichen Dank. In diesem Sinne, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.